Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände kapitulieren niemals! Was hat er da was gemacht? Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert. Dann soll die Armee kehrt macht! Die wenige Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Ja, vielleicht schon dort! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Und werden die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen? Ein paar Vanille-Faul-Pilz! Mit welchen Kräften, mein Führer? Haben Sie noch Zweifel an meinem Verfehl? Ich glaube... ...ist nicht in der Bunkeranlage. Wenn gerade der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen, hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Kapitulieren! Gott! Sonst haben wir jede Chance verspielt! Das ist der schlimmste Verwalt von allen! Aber, mein Führer, die Zwölfte Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Himmler! Unterhalt ausgerechnet Himmler! Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel wählen. Feigelei! 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 Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Ich setze Feiglinge! Verreicht, ein Versager! Kapitulieren! Niemals! Aber dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Sie ist ohne Ehre! Das war ein Befehl! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer Glammeln hält! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ein weltfremder, unbereichebarer Künstler, all die anderen! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja!